Lass ihn dir mal auf den Klick, wo er sich immer auf die Amazon-App verfolgt. Alexa, wie geht's? Gut, danke. Wie ist es? Alexa, erzähl einen Witz. Auf der Wiese sagt ein Schaf zum Rasenmäher, meh. Sagt der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu befehlen. Grüezi mir einen Witz. Alexa, guten Morgen. Guten Morgen, heute ist der Tag der entschuldigen Kinder. In Spanien und Lateinamerika spielt man sich heute streicheln und sich gegenseitig abliegen. Ähnlich wie bei uns am 1. April. Wenn dir also heute dein spanischer Nachbar irgendetwas erzählt, was dir Spanisch vorkommt, weißt du bestimmt? Dobrojato. Alexa, wohnung aus. Okay. Okay. Wo ist das Wetter? Alexa, wohnung an. Okay. Wo ist das Wetter? Alexa, wie ist das Wetter in Belgrad? In Belgrad, Serbien beträgt die Temperatur aktuell 5 Grad bei teilweise sonnigem Himmel. Der heutige Wetterbericht zeigt Schnee voraus mit einer Höchsttemperatur von 5 Grad und einer Tiefstemperatur von minus 3 Grad. Und dann ist das Wetter. Und dann geht's das Wetter. Ich sehe auf diesem Video in der nächsten Mal. Ciao.